Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen, heute für hochsensible Persönlichkeiten. In diesem Video zeige ich dir wie du Seelenbilder selber gestalten kannst, das ganze abstrakt und in Acryl und du benötigst wirklich nicht viel dazu, eine Leinwand und Acrylfarben und es kann losgehen. Ich habe mich für ein Blumenmotiv entschieden und während ich im Prozess war oder während ich da so diese Blume gestaltet habe, mein eigenes Seelenbild, ich hatte so viel Spaß daran, also es war echt herrlich. Ja, ich hoffe du auch, als wünsche ich dir viel Spaß und bis gleich. Ja, jetzt muss ich doch dieses Lied so langsam unterbrechen für eine Durchsage. Nee, Quatsch. Du siehst, ich beginne hier erstmal so ganz locker flockig zu mischen oder beziehungsweise die Farben erstmal auf die Farbpalette und ich beginne zumeist, wenn es eher abstrakt ist, ganz locker aus dem Handgelenk, ja so mit viel Wasserfarben, reinfühlen ins Bild, nur nicht so wissen, in welche Richtung das es geht. Ja, im heutigen Video geht es ja um heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten und wie gesagt, ich habe mich für ein Blumenbild entschieden und ja, und ich lege da jetzt gerade mal los. Ich mag es gern mit so einer gewissen Grundierung, also das ist übrigens eine Leinwand, die ich mit Fassadenweiß grundiert habe, also da ist vorher schon mal ein Bild drauf gewesen und ich habe mir gedacht, ach, dann probiere doch das einfach mal aus. Und Blumenbilder finde ich passen perfekt, um so, ja, um so den Blick nach innen zu richten, zu dieser wundervollen Gabe, zur Hochsensibilität und ach, ja, um zu spielen, um mit dieser inneren tollen Gabe in Kontakt zu treten, na, das da finde ich passen. Blumen, perfekt, das ist übrigens mein erstes Blumenbild in Acryl. Rechts siehst du das in Aquarell, in Aquarell habe ich ja schon einige gemalt, gibt es auch ein Video dazu und der Link müsste jetzt gleich erscheinen für Aquarell oder Hochsensibilität und Blumenbild in Aquarell. Und wie gesagt, ich bin, so sehen meine abstrakten Arbeiten zumeist aus, nämlich, dass man gar nichts erkennt. Und ich habe mir gedacht, naja, so ein bisschen Grundierung, ein bisschen Untergrund darf schon sein, na, und das sieht man ja, jetzt bin ich sogar ein bisschen ins Blau rein, also sind alles Acrylfarben, der Pinselstreich ist locker, du kannst auch jederzeit schöne Musik dazu auflegen, das sind gängige Acrylfarben, also jetzt nichts irgendwie hoch, total Spezielles kann ich jetzt nicht behaupten, ganz normale Acrylfarben, siehst du jetzt hier. Ja, und ich fühle mich hier, wie gesagt, so langsam in dieses Blumenbild rein, ne. Also ich habe jetzt auch kein Foto von einer Blume, sondern ich habe mir gedacht, nee, jetzt lass es einfach mal fließen, hab Fun, Spaß. Und das ist jetzt eben eine Skizze, ich habe hier in der Hand, die Skizze mache ich gerade mit einer Öl, ne, Aquarellöl-Pastellkreide. Auch locker, ich mag es halt gern locker, ne, also einfach, dass man noch gar nicht so, dass viel Spielraum ist. Ich glaube, deswegen sind diese, lege ich diese lockeren Skizzen an, dass ich persönlich einfach, ja, Spielraum habe. Das ist für mich einfach wichtig, dieser Spiel zum Spielen, ne, Spielen. Und nun kommt die eigentliche Farbe jetzt mit Spachteltechnik, kann ich dir auch gut wärmstens empfehlen, weil durch die Spachteltechnik ist auch dieses Perfekte nicht möglich, ne, sondern es ist so locker wieder. Und, was ich jetzt, was du jetzt auch gleich siehst, dass ich die Farben direkt auf der Leinwand auftrage. Also direkt, direkt auf die Leinwand und dann geht es weiter mit der Spachtel. Geht natürlich auch, wenn du das Bild, du kannst auch die Leinwand jederzeit an die Wand, na, äh, an die Wand hängen, ne. Ja, das heißt, es ist besser zum Filmen, wenn die Leinwand eben auf dem Tisch liegt. Ja, und seitdem ich ein Stück weit meine Hochsensibilität akzeptiere und nicht mehr so dagegen ankämpfe, äh, habe ich auf einmal Spaß, richtig Spaß an diesen Blumenbildern. Also es ist für mich gänzlichst neu, neu für mich, ne. Ja, ah ja, jetzt kommt schon ein bisschen Rot mit rein. Ganz zum Schluss sieht man, dass mir das Rot dann doch ein bisschen zu peppig war, ne. Das hat, ich fand dann irgendwie das, jetzt momentan ist es okay, du kannst auch mehrere Schichten auflegen, ne, auftragen, nicht auflegen. Und es ist immer noch, ja, ich bin da am Rumexperimentieren, am Spielen. Ich finde das sowieso wichtig. Gerade die Hochsensibilität oder Hochsensi, oder wenn man auch hochsensitiv ist, ist ja oft mit viel Stress verbunden. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Daumen hoch. Wenn du keine weiteren Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, ich liebe dieses Lied. Das könnte ich mir, ich weiß nicht, gefühlt den ganzen Tag anhören, weil es einfach so beschwingt ist. Ja, also aber nochmal zur Hochsensibilität. Wir sind mitten im Sommer, also für mich ist der Hochsommer dann doch ziemlich, ziemlich stressig häufig, ne. Wir haben diese langen Tage und ich kriege halt einfach viel mit. Bei mir ist es jetzt eher die Geräusche und Gerüche. Und das lässt sich halt einfach nicht vermeiden, ne. Dann müsste ich irgendwo in den Wald ziehen oder, na, vielleicht mache ich das auch irgendwann. Aber dann kann ich nicht malen oder, oder. Ich könnte schon malen, aber ich brauche ja auch irgendwie, ja, irgendwie das, ich brauche ja auch Internetzugang, sonst kann ich ja keine Videos drehen, ne. Also doch hier und dann malen, aber mich beruhigen dann die Farben. mich beruhigen, das Blumenbild hat mich auf jeden Fall beruhigt. Und darum geht es ja auch, ne. Also das mache ich ja auch mit, dann mit Mandantinnen, zumeist sind es Frauen, die zu mir kommen, dass wir entweder über, über online oder, dass ich mit denen zusammen male. Und ja, da gibt es ja wirklich ganz tolle Techniken, ja, wie man sein Leben leichter gestalten kann. Und, ach ja, noch eine kleine Empfehlung, wenn du dir nicht sicher bist beim Bild, betrachte dein Bild einfach auch mal auf den Kopf, ja, stell es auf den Kopf und dann siehst du, ob es immer noch harmonisch in sich ist. Und das habe ich da jetzt auch gerade gemacht. Ich habe mal überlegt, ist es auf den Kopf gestellt, vom Kopf aus betrachtet, passt die Harmonie, ist es harmonisch für mich, ne. Ja, und jetzt hier, das ist dann ganz zum Schluss, da ist natürlich die meiste Acrylfarbe schon getrocknet, dann gehe ich nochmal mit, das sind jetzt Aquarell, Pastellkreiden, ne, ne, nicht Aquarell, Öl, Aquarell, Pastellkreiden. Die sind mit Wasser vermischbar. Und dann gebe ich dem Ganzen nochmal Luft, ja, so durch die äußeren Linien, die man jetzt, oder die du auch siehst, hat das Bild oder hat das Motiv, bekommt Luft zum Atmen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir Menschen Luft zum Atmen haben, dass die Bilder Luft zum Atmen haben, dass deine Gabe, diese wundervolle Gabe, gibt auch dieser Gabe Luft zum Atmen. Nein, das gebe ich dir einfach jetzt mal mit. Gib ihr Luft zum Atmen, zum Freiwerden, zum, ja, dass sie wachsen kann, diese Gabe. Na, diese wundervolle Gabe darf man nicht irgendwie canceln, einsperren. Ne, das, das, die braucht einfach Freiraum. Ja, jede Gabe braucht Freiraum. Ich glaube, das ist, kann man, ich glaube, das wollte mir meine, meine Hochsensibilitäten bei diesem Bild mitteilen. Ich brauche Freiraum. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Der Link ist unten in der Beschreibung und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über Seminare und Workshops. Alle meine Angebote sind mittlerweile online buchbar. Ich wünsche dir jetzt wirklich viel, viel Spaß bei der Umsetzung. Wenn du magst, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Du kannst auch gerne eine Frage reinschreiben, die ich dann natürlich sofort oder schnellstens beantworten werde. Also, viel Spaß und bis bald. Tschüss.